Frau Holle Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre eigene Tochter war, viel lieber. Und die andere, die schöne und fleißige, musste all die Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße an einen Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Die Spule sprang dem Mädchen aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Die schimpfte aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach, Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf. Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es machen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Das Mädchen lief über die Wiese und kam zu einem Backofen. Der war voller Brot. Das Brot aber rief, Oh, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken. Da holte es mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voll mit Äpfeln und rief ihm zu, Oh, schüttle mich, schüttle mich, Wir Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte es den Baum und die Äpfel fielen so herunter, als würden sie vom Himmel regnen und es schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Irgendwann kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil es aber so große Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach, Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, soll es dir gut gehen. Du musst nur gut Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Darum sagt man überall, wenn es schneit, die Frau Holle macht ihr Bett. Ich bin die Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort fiel und alle Tage gab es Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da wurde es traurig und anfangs wusste es selbst nicht, was ihm fehlte. Doch dann merkte es, dass es Heimweh war. Obwohl es ihm hier gleich viele tausend Mal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen, zurückzukehren. Schließlich sagte das Mädchen, Wenn es mir auch noch so gut hier bei dir geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder zu den Meinigen. Die Frau Holle sagte, Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich höchstpersönlich wieder hinaufbringen. Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es durch ein großes Tor. Das Tor ging auf, Und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit vom Haus seiner Mutter entfernt. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, Da ging es hinein zu seiner Mutter und weil es so mit Gold bedeckt ankam, wurde es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, der hässlichen und faulen Tochter gern dasselbe Glück verschaffen. Die Faule musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule auch blutig wurde, stach sie sich in den Finger und kratzte sich die Hand an der Dornhecke auf. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie gelangte wie die fleißige Tochter auf die schöne Wiese und ging auf demselben Weg weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, Oh, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken. Die Faule aber antwortete, Tja, als ob, als ob ich Lust hätte, mich schmutzig zu machen und ging einfach weiter. Bald darauf kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, Oh, schüttle mich, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber, Das könnte dir so passen. Nein, warum sollte ich? Es könnte mir einer der Äpfel auf den Kopf fallen. Kopfhochbäumchen, ohne mich. Und wieder ging sie weiter. Als sie zum Haus der Frau Holle kam, fürchtete sich die Faule nicht, weil sie schon von ihren großen Zähnen gehört hatte. Nein, sie war sofort damit einverstanden, für Frau Holle zu arbeiten. Am ersten Tag gab sie sich die größte Mühe, war fleißig und gehorchte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten Tag noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht mehr aufstehen. Sie machte auch nicht das Bett von Frau Holle. Sie machte auch nicht das Bett von Frau Holle, wie es sich hier gehörte, und sie schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das wurde der Frau Holle bald zu bunt. Sie wollte die Faule wieder loswerden. Die Faule war damit sehr einverstanden und dachte, nun würde der Goldregen kommen. Ja, die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. Das ist zur Belohnung für deine Dienste, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule nach Hause, aber sie war ganz mit schwarzem, klebrigem, ekligem Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief, als er sie sah, Kikriki, Kikriki, unsere Pechmarie ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Das Pechmire ist wieder hier. Das Pechmire ist wieder hier. Untertitelung des ZDF, 2020